Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Stream. Wie kann man produktiver werden? Produktiver kann man ziemlich leicht werden. Man sagt sich, ich stelle mir einfach eine Kerze mit einer Zündschnur und einer Bombe unter den Arsch und ich darf sie erst auspusten, wenn ich mit meinen Aufgaben fertig bin. Und wenn das nicht passiert, dann rennt sie einfach so weit runter, bis die Bombe explodiert. Wäre ein bisschen ungünstig, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ich persönlich trinke dafür einfach irgendwelche Energydrinks oder ähnliches, um wieder ein wenig wacher zu werden. Produktiver ist so eine Sache bei mir. Eigentlich bin ich relativ produktiv, wenn ich Bock drauf habe, aber meistens fehlt mir einfach die Energie und ich bin müde und ja, so Sachen. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen, mich dann doch mal mit Koffeindruck zu betanken. Das einzige Problem ist halt, ich trinke keinen Kaffee. Deswegen trinke ich meistens irgendwelche Energydrinks. Jetzt habe ich auch wieder hier dieses lustige Pulver genommen. Das ist ziemlich praktisch. Vor allen Dingen ist da sehr viel Koffein drin. Falls ihr das noch nicht kennt, es gibt einen Link bei mir unten in der Beschreibung. Ziemlich cooles Zeug. Ja, prinzipiell, ich habe gerade einen Energydrink und so eine Tüte Pulver drin. Das heißt, es wird eigentlich relativ gut heute abgehen. Ich war zwar etwas müde, aber jetzt geht es wieder. Ja, heute geht es um NPCs und ähnliches. Hat denn jemand von euch, der hier schon zuschaut, schon mal Erfahrungen mit sowas gemacht? Hat denn jemand schon mal irgendwie Nicht-Spieler-Charaktere in sein Spiel eingebaut? Das heißt aber auch keine Mobs. Also nicht irgendwelche Sachen, die du tötest, sondern Sachen, mit denen man interagiert. Also hat da jemand schon Erfahrung? Einfach in den Chat schreiben. Würde mich interessieren. Ich persönlich habe sowas hier und da schon mal gemacht, aber nicht in solchen großen Massen. Also in den meisten Fällen habe ich eher mehr dieses KI-Zeug benutzt, um einfach Gegner zu bauen. Ist im Prinzip ein ziemlich praktisches System. Allerdings wäre es halt auch super für NPCs ausgelegt. Dementsprechend werden wir heute einfach mal dieses KI-System von Unity nutzen, um eine Dorfsimulation zu erstellen. Dort soll einfach ein Dorf entstehen, welches wir mit verschiedenen Personen und Personentypen halt befüllen. Da ist zum Beispiel der Schmied, der irgendwelche Arbeit nachgeht, ein Händler, der Sachen verkauft, Kinder, die irgendwo rumspielen und und und. Das ist auch so ein bisschen von euren Vorschlägen abhängig und wir werden dann einfach mal schauen, was draus wird. Ich hoffe ja, es schalten heute noch ein bisschen mehr Leute zu. Es ist natürlich nebenbei noch Konkurrenzveranstaltung. Ich habe das mehr oder weniger auch bei mir auf dem Kanal verlinkt. Heute läuft Loot für die Welt. Finde ich eine sehr, sehr schöne Aktion. Vor allen Dingen von Let's Playern und so weiter ist das ja so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die Konkurrenzveranstaltung Friendly Fire kennt. Ist nicht direkt eine Konkurrenzveranstaltung. Findet eigentlich zu einem anderen Zeitpunkt statt. Deswegen da passen die auch immer ein bisschen auf. Friendly Fire ist zum Beispiel von Kronk und Pete Smith und Co. Ist eine sehr coole Sache. Ich finde eigentlich beide Seiten ziemlich cool. Ich habe das erste Friendly Fire damals auch mit angeschaut. Ist halt so eine Spendenaktion, da kann man spenden und dann gehen an verschiedene Hilfsprojekte die Gelder. Sehr coole Sache. Dennoch ist das auch schon wieder fast vorbei, was sehr, sehr praktisch ist. Deswegen könnt ihr auch gerne bei diesem Stream hier einschalten. Ja, erstmal sowas eher lustig, was ich einfach heute festgestellt habe, was sehr, sehr cool ist. Wir haben ja dieses High Definition Lightweight Rendering Pipeline. Ich glaube, so heißt das. Irgendwie so in der Reihenfolge waren diese Wörter angeordnet. Und dafür gibt es eine Beispielszene, die man sich halt reinladen kann in Unity. Und da sind so ein paar Beispielobjekte mit drin. Und das wollte ich einfach mal zeigen, weil ich es einfach übelst lustig fand. Ich kann mal hier ganz kurz umschalten. Da sieht man das mal ein wenig. Hier hat man diese Szene. Sieht an sich ziemlich cool aus. Also sehr, sehr schön gemacht. Und was mir aufgefallen ist, wenn man hier so ein bisschen rund herum schaut, sieht man, dass hier ein QR-Code drauf ist auf diesem Eimer. Der Witz der Sache ist, ich dachte mir, Unity, das sind ja schon ein paar lustige Leute. Und die machen auch manchmal ein bisschen Quatsch. Also habe ich einfach mal versucht, diesen QR-Code einzuscannen. Das Problem ist, man kam nicht so richtig drauf. Vor allen Dingen hat man hier diese komischen Linien und so. Und da dachte ich mir, okay, irgendwo gibt es eine Textur. Die gab es dann auch. Die liegt hier irgendwo unter den Texturen drin. Und dann habe ich hier diesen QR-Code einfach mir mal angeschaut und eingescannt. Und der Witz der Sache ist, man landet mit diesem QR-Code auf einer Webseite. Und diese Webseite ist von Adobe Substance oder so, wo man halt Texturen mit einem Adobe Programm erstellen kann. Was so die Schleichwerbung per se ist. Aber auf die Idee, das direkt im Spiel einzubauen, da muss man erst mal drauf kommen. Es gibt ja auch verschiedene andere Spiele, die teilweise auf sich selbst referenzieren oder auf irgendwelche Vorgänger oder sowas. Hat man ja bei Assassin's Creed oder ähnliches auch schon mal gesehen. Aber direkt so Schleichwerbung per QR-Code im Spiel habe ich so bisher, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ist eine sehr lustige Sache. Muss ich mal so zugeben. Ja, an sich mache ich natürlich ein neues Projekt. Don't Save. Das muss ich jetzt mal laden. Brauche ich erst mal ein neues Projekt. Heute sind wieder alle ein bisschen schreibfaul. Formstream wird geschrieben, aber danach irgendwie nicht mehr. Wir nennen das jetzt einfach mal bloß Dorf. Und ich will hier ganz normales empty 3D Object, äh Project, meine ich, create. Und dann lassen wir das Ganze erst mal laden. Das dauert dann wieder. Ja, wie geht's euch so? Also ihr habt immer noch meine Fragen nicht beantwortet. Wie es denn bei euch so mit NPCs bisher war? Wäre interessant zu wissen. Ich hoffe, es schalten noch ein paar mehr Leute rein, die vielleicht nicht ganz so schreibfaul sind. Wäre natürlich sehr cool. Ich habe noch keine Erfahrung gemacht. Ist ja auch nicht schlimm. Dann machst du jetzt wahrscheinlich deine ersten Erfahrungen damit. Das ist doch schon mal eine Antwort. Da weiß ich schon mal, auf welchem Stand zumindest die eine Person ist. Auch ein Lauch. Sehr, sehr schöner Name. Finde ich sehr cool. Ich bin ja so das exakte Gegenteil von Lauch. Ich bin so der Würfel, würde ich sagen. Hoch wie breit. Das ist ein ganz schön großes Terrain. Ich weiß nicht, ob ich das so groß lasse. Dann machen wir das Terrain erst mal ein wenig kürzer. Ich würde mal sagen, so 400 zu 400 würde erst mal reichen. Können wir ja dann noch dank Nachbarschaftssystemen ziemlich leicht verändern. Es ist immer noch ziemlich groß. Vielleicht mache ich es noch kleiner. Ja, ich mache es erst mal noch mal kleiner. Ist nicht ganz so rechenintensiv. Das sollte reichen. Gut, da haben wir erst mal unser Probe-Terrain. Wir könnten dem Ganzen eigentlich noch eine schöne Farbe geben. Irgendwas Nettes. Ich muss gerade überlegen, wo ich Farben liegen habe. Irgendwo mit GIMP kann man ja verschiedene Textur-Türchen machen. Da gibt es bestimmt irgendwo irgendwas. Nee, habe ich keine Texturen. Da auch nicht. Ah, da, 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 da. Da sind Texturen. Sehr schön. Wir nehmen einfach mal Gras. So. Und jetzt müssen wir den Stream wieder aufmachen. Und auch das. Und jetzt können wir das hier draufziehen. Ähm, beziehungsweise wir müssen es erst mal hier Create Layer. Und jetzt haben wir erst mal eine Textur drauf. Damit das nicht mehr ganz so rechenintensiv ist. Weil diese Kästchen sind teilweise rechenintensiver als die einzelne Textur. Aber wenn das, ich habe jetzt hier einfach nur ein Bild mit einer einzigen Farbe genommen. Das reicht vollkommen erst mal aus. Da sind wir dann erst mal zufrieden. Gut. Jetzt brauchen wir erst mal einen NPC. Also wir nehmen dafür eine Kapsel. Die setzen wir hier einfach doof in die Welt rein. Und das Schöne ist, die steht direkt schon auf dem Terran drauf. Was ich sehr praktisch finde. Können wir so lassen. Jetzt brauchen wir einen NavMesh Agent. Das ist einfach ein, ähm, eine Klasse, die wir mit draufsetzen. Die uns befähigt, diesen, äh, kleinen Kerl ein wenig Intelligenz einzuprügeln. Ähm, im Großen und Ganzen können wir den NavMesh Agent erst mal so definieren, dass wir sagen, das ist halt ein Kerl. Und der kann anhand verschiedener, ähm, Wegealgorithmen, die er halt dank des NavMesh Agents schon kennt, durch die Gegend latschen. Was sehr praktisch ist. Und, ähm, das basiert natürlich auf ein bisschen Vorberechnung. Ähm, wir brauchen halt einen Boden. Den haben wir hier. Und das ist halt unser Terran. Und dieses Terran muss jetzt, äh, erst mal ein bisschen angeschaut werden von den Navigationssystemen. Indem wir halt ein neues Fenster aufmachen. Da gehen wir auf AI und Navigation. Ich habe praktischerweise dieses Fenster sowieso schon offen, weil ich in letzter Zeit ab und an mal mit diesem Zeug gearbeitet habe. Und deswegen ist es halt standardmäßig irgendwie offen. Was auch nicht ganz falsch ist. Gut. Jetzt haben wir hier diese sogenannten Agents als Fensterchen. Das ist erst mal so eine Vorgabe. Der ist jetzt halt, äh, zwei Meter hoch. Einen halben Meter breit. Ja, Mahlzeit. Hallo. An den, der gerade geschrieben hat. Ähm, Hi, Domi. Oh, es werden ja wieder mehr Leute. Ähm, ja. Wir haben jetzt erst mal hier diesen, äh, diese Maße, die er halt einnehmen kann. Ähm. Ja, ich habe erst 17 Uhr angefangen. Also, es ist noch ganz am Anfang. So wie immer. Ich fange immer 17 Uhr an. Das ist, äh, na gut, abgesehen, ich fange mal nicht 17 Uhr an. Das, äh, kann passieren. Aber, äh, bisher ist noch nicht viel passiert. Außer, dass ich ein Terrar erstellt habe. Und einen kleinen Kerl, der jetzt einen Nuffmash-Agent hat. Aber mehr ist noch nicht passiert. Ja. Ähm. Was ich gerade mache. Das habe ich eigentlich schon erzählt. Ich will eine Dorfsimulation machen. Eine Dorfsimulation in, äh, der Hinsicht, dass wir kleine NPCs haben, die in diesem Dorf einfach ihr Leben leben. Das bedeutet, dass der Schmied frühmorgens aufsteht, zu seiner Arbeit geht, seine Arbeit macht, dann halt, wenn er mit seiner Arbeit fertig ist und seine Freizeit hat, ein bisschen durchs Dorf schlendert, vielleicht ein bisschen was im Haushalt macht oder mit anderen Personen quatscht, sich in die Kneipe auf ein Bier trifft und so weiter. Und dass wir dann halt verschiedene Leute haben, die, ja, halt ihr Leben leben. Und das auch so ein bisschen nach einem Tageszyklus. Ähm. Wie Sims wird es nicht ganz. Es ist eher so ein bisschen wie zum Beispiel in The Witcher. Das habe ich so ein bisschen als Beispiel und Vorlage genommen, dass man halt ein Dorf hat, durch das man als Spieler zum Beispiel durchgehen kann. Und da gehen die halt ihrem Tagewerk nach. Was sehr, sehr praktisch ist, weil dann können wir das Ganze noch so umbauen, dass wenn wir einen Spieler drin haben, wir dann mit den Leuten interagieren können. Und dann würde ich vielleicht auch noch so ein paar Berechnungssysteme mit reinmachen, so von wegen, wir haben noch so und so viel Essen zu Hause, also müsste man mal zum Händler gehen. Und so weiter. Ja, so wie bei Assassin's Creed, das ist ein ganz guter Vergleich. Also zum Beispiel bei Assassin's Creed, Unity, haben sie sich ja damit gebrüstet, dass sie x-tausende von Leuten gleichzeitig simulieren konnten. Und die halt ihrem Tagewerk nachgegangen sind. Beziehungsweise auch sinnlos einfach in der Menge rumstanden. Und man musste sich da irgendwie durchschlängeln. Fand ich ein bisschen scheiße, muss ich zugeben. Weil es einfach viel zu viele Leute waren. Ja, ich fand zugegeben, Assassin's Creed Brotherhood war das beste Assassin's Creed. Vor allen Dingen, weil man da auch ein Pferd hat, womit man einfach durch die Stadt brettern konnte. Das war ganz cool. Aber ist auch möglich, dass ich da mit meiner Meinung alleine bin. Okay. Jetzt können wir erstmal hier ein wenig das hier anmachen. Show enough mesh. Ja, ist noch nicht viel da. Viel zu viele Leute für das 18. Jahrhundert. Hallo, Aces TV. Ich weiß echt nicht, wie man das ausspricht. Aces TV. Ja, irgendwie so. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser kleine Agent, den wir haben, Aces, Aces wird ausgesprochen, okay. Das ist halt so. Dass dieser kleine Agent auf unserem Terrain durch die Gegend latschen kann. Und um durch die Gegend zu latschen, muss das Terrain vorberechnet werden. Also es muss einfach gebaked werden, heißt das. Und ich habe keine E-Mail bekommen, dass du on bist. Was soll das? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin halt on gegangen. An mir lag es jetzt nicht. Und um das zu baken, gehen wir jetzt einfach auf Bake. Und dann gehen wir auf Bake. Im Großen und Ganzen sollte das Ganze jetzt so hier aussehen. Ist ein wenig faszinierend, wie das so aussieht. Wir haben hier so einzelne kleine Quadranten. Die sind hier durch weiße Linien ein bisschen abgekapselt. Keine Sorge, das sieht normal nicht so aus. Wenn wir jetzt wieder in den Inspektor gehen, dann sieht man das nicht. Das ist halt nur im Editor. Und das funktioniert auch nur, wenn euer Terrain im Inspektor auf Static gesetzt wurde. Wenn das nicht auf Static steht, funktioniert das nicht. Wir können das jetzt auch noch mal ein bisschen abwandeln. Wir nehmen jetzt zum Beispiel ein 3D-Objekt, ein Cube und machen den einfach mal ein bisschen größer. Der steht schon wieder sonst wo. Dann müssen wir den mal ein bisschen absenken und schieben den hier einfach mal in die Ecke und setzen den auch auf Static. Und jetzt gehen wir wieder auf Navigation zurück und drücken auf Bake. Und wir werden sehen, hier ist was passiert. Nämlich, wo dieser Cube zusammen mit dem Terrain eingerechnet, sodass er jetzt im Weg steht. Hallo Leute, ich wollte gerade programmieren gehen und da startest du einfach so ein Video. Ja, ich habe eigentlich wie immer es gibt so eine Community-Funktion bei YouTube. Da schreibe ich ab und an rein. Und auch im Discord. Also ich mache normalerweise immer Livestream. sowohl Samstag als auch Mittwoch. Ja, jetzt ist der hier mitberechnet. Jetzt gerade nicht. Aber danke, trotzdem. Das war Regieanweisung. Nein, war Spaß. Wir haben jetzt hier den Cube einfach mitberechnet und das bedeutet, wenn wir jetzt diesen Agent dazu bringen wollten, hier hinzugehen, müsste der rundherum laufen. Mach das nächste Mal im Stream bitte ein Minecraft mit Dreiecken. What? Das wird wohl eher weniger was. Oder kannst du mal zeigen, wie man ein Golf-It in Unity macht? Das wäre ein interessantes Projekt. Kann ich mal machen? Minecraft mit Dreiecken, wie soll das denn gehen? Ja, das frage ich mich auch. Aber ganz ehrlich, wir kümmern uns jetzt erst mal um die Dorf-Simulation. Denn mir liegt das sehr am Herzen, einfach mal ein bisschen euch an diese KI heranzuführen. Denn das ist so ein Element in Unity, das bringt echt verdammt viel. Gut, wir müssen natürlich dem Ganzen jetzt sagen, dass er sich irgendwie bewegen muss. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal KI-Steuerung. So. Und das ist jetzt unser neues Skript. Hab noch nie was mit KI gemacht. Gebe es immer auf. Das ist ganz falsch. Also KI ist eigentlich was sehr Praktisches. Und ihr dürft das euch nicht so vorstellen, wie diese KI in Terminator oder sowas. Nein, es ist wesentlich einfacher. Also ihr müsst jetzt nicht ultra viel dafür können, denn es ist halt schon fast alles für euch fertig. Ihr müsst dem Ganzen halt nur noch sagen, was es tun soll. Und das ist sehr, sehr angenehm. Wir können jetzt einfach mal dafür sorgen, dass wir ein neues Public GameObject Ziel haben. Da setzen wir einfach irgendeinen Würfel sinnlos in die Welt. Und dort soll unser NavMeshAgent hinladen. Geht das auch mit 2D? Das ist eine gute Frage. Muss ich zugeben, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Also es ist möglich, aber hauptsächlich ist es wahrscheinlich nicht unbedingt machbar. Das Ding ist, wenn ich dem Typ im Spiel sagen will, was er tun soll, möchte ich erst mal seine Sprache lernen. Ja, was? Verstehe ich nicht, was da genau dein Problem ist. Aber wir können jetzt erst mal hier unseren Private NavMeshAgent einsetzen. Den nennen wir einfach nur Agent. Und den ziehen wir uns einfach aus dem Objekt, was wir halt haben. Das heißt, Agent ist gleich getComponent und dann NavMeshAgent. Bäh. So. Das ist eine Funktion, die führen wir aus und damit haben wir dann erstmal unseren NavMeshAgent. Und jetzt können wir noch sagen, dass wir eine neue Funktion erstellen. Oder wir können es einfach so hier machen. Agent.setDestination. Das ist die Funktion, wo wir einfach sagen, du läufst jetzt an diesen Punkt. Oder halt so weit, wie es halt auf deinem Objekt geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Punkt irgendwo hier hinsetzen, wird er nicht da hinlaufen können, weil er kann ja nur auf diesem blauen Bereich rumlaufen. Wenn wir den jetzt irgendwo mitten in die Luft setzen, wird er immerhin unter dieses Objekt laufen und wenn er jetzt hier irgendwo ganz weit weg in der Luft sitzt, dann wird er halt versuchen irgendwie da hinzukommen, aber wird es nicht schaffen, wird dann halt irgendwo da stoppen, weil er kommt halt nicht weiter. Was bedeutet NavMeshAgent? Was macht das? Ein NavMeshAgent ist ein Objekt, das habe ich vorhin schon erklärt. Das fügen wir einfach hier hinzu. Wenn ihr Unity habt, dann habt ihr das auch da automatisch drin. Ihr müsst einfach bloß nach NavMeshAgent suchen und dann halt hinzufügen. Ich habe jetzt schon einen hinzugefügt, deswegen kann ich den nicht nochmal hinzufügen. Das ist einfach ein Stück künstliche Intelligenz, was ihr da drauf packt. Im Prinzip kann das nicht viel, außer halt zu sagen, kann ich auf diesem vorberechneten Bereich laufen oder nicht und wie weit kann ich laufen. Und wenn ihr das auf die Reihe kriegt, das halt hinzuzufügen, dann habt ihr es halt einfach drin. Ja, und wir können jetzt einfach, indem wir ein Vektor 3 übergeben, dort ein Ziel festlegen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier Ziel.transform.position. Da haben wir einen Vektor 3 und dann wird er dort hinlaufen. Das heißt, wir gehen jetzt hier her, erzeugen erst mal ein Objekt, irgendeine Sphäre oder irgendwas anderes, keine Ahnung, und schieben die hierher. So ungefähr. So. Und der soll jetzt halt da hin. Das heißt, wir geben dem jetzt unser Skript. Ich will nicht. Dann halt so. KI, Steuerung. So. Und da schieben wir jetzt einfach unseres 4 hinein. Wenn wir das Ganze jetzt starten, können wir das mal in der Szene betrachten. Der läuft hier lang. Wir gehen mal auf Navigation und da seht ihr, hier ist auch so ein wunderschöner Strich, wo gekennzeichnet wird, dass er dort hinläuft. Und dann läuft er bis zu diesem Punkt, ohne, dass wir auch nur ein bisschen was groß an Code machen mussten. Ist sehr, sehr praktisch. Wir können jetzt auch nochmal den direkt hier dahinter setzen, so dass wir so ein bisschen mehr rundherum gehen müssen. Starten das Ganze, gucken wir uns das in der Szene an. Gehen hier auf den Agent und dann seht ihr, wie er hier rundherum läuft. Und perfekt. Aber immerhin ist das da. Stell dir vor, sowas müsste man selber coden. Oh ja, es ist zwar im Rahmen des Möglichen, das selber zu coden, ist aber etwas anstrengend. Allerdings müssen wir trotzdem, selbst wenn wir das haben, um unsere Dorf zu erstellen, dem Ganzen etwas mehr zu erklären. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass Unity einem so viel abnimmt. Ja, es ist echt geil. Deswegen zeige ich euch das System, weil es halt echt praktisch ist. und deswegen erkläre ich das heute auch so speziell, weil es einfach notwendig ist, dass ihr das einfach mal gesehen habt, denn es nimmt euch verdammt viel Arbeit ab und das ist halt auch so der Punkt, was Unity einfach besser kann als andere Engines teilweise. Man bekommt so viele Werkzeuge an die Hand, dass man auch mit dem Code zusammen so viel krassen Scheiß bauen kann. es ist einfach übelst praktisch und ich muss schon wieder was trinken, weil ich so schnell und viel rede, dass es meine Kehle austrocknet. Ach ja, gut, man merkt, ich bin ziemlich auf Koffein, aber es hilft. Ich hoffe, ich bin euch nicht ein bisschen zu aufgedreht, aber das ist, ja, müsst ihr halt durch. Ja, jetzt haben wir dem erstmal gesagt, was er so tun kann, nämlich einfach durch Gegenglatschen. Im Prinzip ist das ja schon mal ganz praktisch. Allerdings soll er ja auch ein bisschen mehr tun als nur das. Er soll jetzt zum Beispiel irgendwo hingehen, nämlich, sagen wir, zu seinem Haus, er soll zu seinem Laden gehen und so weiter und das sind ja unterschiedliche Ziele und deswegen sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass wir eine Art Tagessteuerung haben und um das zu bewerkstelligen, erstellen wir einfach ein neues Skript, das ist der Day Controller, also einfach unser Tages Controller, unser Tagesskript, wenn es immer startet und dem können wir einfach sagen, es soll erstmal einen Public Interm, das ist jetzt einfach unsere Tageszeit und die stellen wir erstmal standardmäßig auf 0 und dann brauchen wir eine weitere Funktion, die die Tageszeit einfach hoch zählt, bis zu einem bestimmten Punkt und das sollten wir auch vielleicht noch irgendwo festsetzen, wie lang der Tag gehen soll, so Public Int Tageslänge setzen wir dann im Inspektor fest, du weißt ja in Unity Free, wenn man da ein Spiel publisht, ist Unity Intro davor, nun habe ich auf YouTube ein paar Videos dazu gefunden, wie man das gepublishte Spiel so manipulieren kann, dass man das Unity Logo Intro einfach übersprungen wird, ist das dann legal? Nein, ist es nicht, das ist nicht legal, denn Unity hat das Recht, das anzuzeigen, denn du benutzt halt ja einfach den ihr System und dementsprechend solange du nicht die Lizenz zahlst, hast du nicht das Recht, das zu entfernen, dementsprechend wäre es illegal und dürfte auch von Unity mehr oder weniger geclaimt werden, wenn du halt die Unity Engine verwendet hast und das rauskommt. Wäre ungünstig, empfehle ich also nicht. Und außerdem stört es eigentlich nicht, wenn davor irgendwie dieser Unity Dings kommt. Also mich hat es noch nicht gestört, es gibt auch viele Spiele im App Store, bei denen man das auch ab und an mal sieht. Kann passieren. Also für mich ist Unity nach Unreal die beste Engine. Naja, wenn man die Unreal Engine mag, dann vielleicht ja. Ich mag sie nicht so. Ich kam damit nicht ganz so gut klar. Gut, jetzt brauchen wir halt eine neue Funktion. Cry und GoTek ist auch echt gut. Die Cry Engine ist kostenpflichtig, deswegen gab es es einfach noch nicht. Gut, wir wollen jetzt die Tageszeit hochzählen. Das heißt Private Void Day Counter. So. Quatsch, Public. Ist nicht Private, ist Public. Gut, und jetzt sagen wir einfach Tageszeit plus plus und das zählt das halt hoch. Das einzige Problem ist, irgendwann ist unser Tag auch rum und sollte wieder auf Null gesetzt werden. Dementsprechend müssen wir sagen if Tageszeit plus 1 größer Tageslänge. Also wenn man den erhöhen würde und ist es damit dann halt größer als die Tageslänge soll die Tageszeit wieder auf Null gesetzt werden. Tageszeit ist gleich Null. Und wir machen das jetzt einfach in Sekunden Weise denn wir sagen dann einfach dass der Tag so und so viele Sekunden hat und können damit dann halt arbeiten. Viele Leute werden aber ein Spiel bewerten ein Spiel nur weil es mit Unity gemacht ist. Nein tun sie nicht denn es gibt auch echt krasse Spiele die mit Unity gemacht sind. Ich weiß nicht ob ihr schon mal von dem Spiel Hollow Night gehört habt. Das ist zum Beispiel mit Unity gemacht und das ist echt krasser Shit. Also das ist ein sehr sehr schönes Spiel habe ich mir sagen lassen. Ich habe ab und an mal zugeschaut. Ähm wo ich es habe es nun auch wieder geschafft hier rein zu kommen. Ich muss eben noch Wäsche aufhängen und daher musste ich leider den Anfang verpassen. Ist nicht schlimm ist nicht viel was bisher jetzt geschehen ist. Also es geht gerade bloß darum dass wir die Tageszeit ein bisschen hoch rechnen und mehr ist es nicht. Das läuft alles in Sekunden und ganz ehrlich Unity wird langsam von sehr vielen größeren Publishern auch unterstützt dementsprechend ist es nicht schlimm wenn das davor steht. Ganz ehrlich das juckt keinen wenn am Ende das Spiel halt geil aussieht. Die meisten beurteilen die Spiele nämlich nicht nach dem Vorspann der da kommt. Wenn da kurz Unity steht ist es halt so. Cuphead ist auch ein schön Spiel auch von Unity sehr sehr geil gemacht soll auch sehr schwer sein soweit ich weiß. Ja du weißt dass Unity eine sehr gute Plattform ist und natürlich musst du bedenken die meisten schauen auf die Bilder die vorher gezeigt wurden oder so was oder halt auf den Trailer wenn Trailer musst du ja nicht anzeigen dass da das mit Unity gemacht ist wenn der geil ist dann ziehen die sich das Spiel trotzdem runter das ist also scheißegal Cuphead ballert schon im ersten Level richtig rein das ist gut möglich ich hab's bisher noch nicht ausprobiert aber es soll sehr geil sein und sah auch sehr geil aus wir brauchen jetzt ein Invoke Repeating und dort werden wir einfach mal unsere Funktion Day Counter starten und das gleich ab der ersten Sekunde und aller einer Sekunde so wird das dann hoch gezählt und ja wir lassen das dann halt hier so ein bisschen hoch laufen und dann wird es wieder runter laufen und so weiter wir können das auch einfach erst mal starten indem wir hier ein empty object rein setzen empty und dem geben wir jetzt den day controller rein da so die Tageslänge soll einfach 20 sein naja machen wir erstmal 10 10 Sekunden soll die Tageslänge jetzt gehen ist jetzt nicht sehr lang ich will nur mal zeigen dass es funktioniert wir zählen dann automatisch hier hoch das dauert halt die 10 Sekunden und 9 10 0 und so weiter so funktioniert unser Zyklus ziemlich einfach ziemlich simpel und wir können dann halt so viele Sekunden eintragen wie wir wollen und das wird unser allgemeiner Tageszyklus sein wir können jetzt auch erstmal auf 100 setzen reicht auch erstmal für unseren anfang und jetzt müssen wir dafür sorgen dass unsere KI anhand von diesem Tagescontroller halt sein Tagewerk verrichtet ich muss schon wieder trinken ach ja das wird hier schon fast ASMR oder wie das Ding heißt wo man so trinkt und isst und so scheiß aber ja ich glaube das will bei mir keiner hören machst du eigentlich noch deine YouTube 3D Playlist noch weiter auf YouTube oder ist die für dich abgeschlossen die läuft im Prinzip dadurch weiter dass gerade das Tra Tutorial auch dort immer hinzugefügt wird die Liste wächst und wächst immer weiter also keine Sorge Unity 3D ist noch lange abgeschlossen das wird dann noch ein bisschen weiter ergänzt ja jetzt brauchen wir also erstmal einen private day controller den nennen wir einfach nur DC da geht es aber nicht um Superhelden sondern wirklich nur einen day controller den müssen wir natürlich jetzt erstmal finden und sagen dass wir einen day controller suchen so davon gibt es nur einen davon soll es auch nur einen geben und der macht das dann halt so dass es abläuft irgendwann 2052 plummum endlich sie ist fertig die Unity 3D Playlist ich weiß nicht ob ich dann noch lebe nein ich denke schon dass ich da noch lebe also ich hoffe es inständig allerdings allerdings denke ich dass bis dahin die Liste doch schon längst fertig sein sollte es ist gut möglich dass bis dahin ja es ist dann wahrscheinlich noch nicht fertig mal sehen wir werden es sehen wir werden es sehen ok jetzt haben wir hier unseren Tagescontroller wir müssten jetzt noch dafür sorgen dass wir irgendwelche Punkte in den Tag einbauen was er wann macht und dafür die Reihe wird nie abgeschlossen sein nie ich glaube soweit kommt es nicht weil Unity ständig weiterentwickelt wird wahrscheinlich ist dann schon Unity 6 draußen wir sind doch eigentlich bei Unity 2.0.19 also ich weiß nicht ob dann Unity 6 so existiert also eigentlich ist das ja Unity 6 soweit ich weiß es heißt bloß anders ich rede zu schnell und zu viel eindeutig wir müssten jetzt einfach mal einen Public Enum machen das ist einfach MMM wie nennen wir den wie nennen wir den heißt noch Unity 5 eigentlich sicher ich weiß es nicht also ich habe nur Unity 2019 jetzt gesehen Unity 5 ist glaube ich meines Wissens schon abgeschlossen ich habe keine Ahnung müsste in der Versionsnummer irgendwo mal finden keine Ahnung ob das jetzt 5 oder 6 oder was auch immer heißt wie auch immer wir brauchen jetzt einen Public Enum das ist eine Auflistung von Zuständen habe ich auch schon mal erklärt kann man auch anders machen ist aber sehr sehr praktisch denn wir wollen das jetzt ein wenig ja schöner gestalten sodass ihr auch genau seht das ist der Zustand das ist der Zustand und so weiter und die Zustände sind dann halt so was wie Bettzeit oder Arbeit oder Spielzeit oder sinnlos durch die Gegend laufen Zeit oder halt so Sachen und deswegen werden wir jetzt in Gott wie nennen wir das einfach nur Zustand sollte reichen und den machen wir hier auf und da können wir jetzt verschiedene Zustände einfügen und können dann jetzt einfach sagen der erste Zustand ist Schlafen so schreibt mal aber schön groß und wir müssen das mit dem Komma trennen fällt mir gerade ein gut der zweite Zustand ist Bettzeit da soll er halt ins Bett gehen beim Schlafen soll er bloß im Bett bleiben und dann haben wir Essenszeit Spielzeit Arbeit und wir müssen natürlich auch immer die Momente einbringen wo er halt irgendwo hin laufen soll das wäre vielleicht ganz praktisch dass wir sagen wenn Essenszeit ist macht er gar nichts bleibt er halt an diesem Ort und was war mit der Unreal 4 gewesen vorhin ich bin da dazu gestoßen aber nur wo du den Abschlusssatz gesagt hast ich mag die Unreal 4 Engine nicht ganz einfach es ist so programmiertechnisch Scheiße es sieht vielleicht schön aus aber ich finde es rein um die Mechaniken zu erstellen Scheiße es ist einfach so ist meine Meinung es gibt auch andere Meinungen aber ich finde es halt nicht so toll gut ja Schlafen Bettzeit Essenszeit Ich würde sagen wir machen hier noch Essen rein so dass er Essen tut und Essenszeit ist dass er halt zum Tisch geht Hast du denn mit den Visualen probiert also du meinst mit den Blaupausen hab ich probiert fand ich nicht toll weil du hast nicht sehr viele Möglichkeiten das irgendwie auszubauen Spielzeit würde ich noch mal einfach so ein bisschen extern lassen Arbeit Arbeitszeit Arbeit Freizeit Ja Brauchen wir sonst noch was Ich weiß es gerade nicht Schwer zu sagen Aber bald ist der große Unterschied von Unreal weg Bald kommt endlich das Blueprint Programming auch auf Unity Oh Okay Okay Kacken Sollen die auch kacken Das ist eine Das könnte man machen Ich nenne es Defikieren Man muss halt auch mal aufs Klo ne Und wir können vielleicht noch so ein bisschen eine weitere Klasse erstellen Das ist unser NPC Allgemein So Das ist eine weitere Klasse in der wir einfach so ein bisschen die Werte des NPCs mit reinschreiben Das heißt dass wir Ja Canon Trailer für 2020 hat Breakers vorgestellt Nein Das werde ich nicht mit reinnehmen Denn Vermehrung möchte ich jetzt auch nicht unbedingt mit drin haben Denn das mit dem Vermehren das haben wir schon mal gezeigt dass das manchmal ein bisschen schief geht Ich muss noch mal was trinken Werden wir noch mal schauen wie wir das machen Okay Wir wollen jetzt einfach noch mal festhalten Public Int Geld Einfach wie viel Geld die Person hat Dann noch ein Public Int Essen Das stellen wir am Anfang einfach immer auf 100 Das ist so der Essenszustand Wir sind also erstmal satt Und Ja Das wird dann einfach im Laufe des Tages weniger und dann wieder mehr und dann weniger und mehr und so weiter Beim Vermehren haben die das wortwörtlich genommen Alle sind Mutanten geworden Ja das ist wie auch immer Wir können auch das Geld erstmal festsetzen Da können wir erstmal Wobei das Geld würde ich nicht direkt festsetzen weil wir haben ja auch Kinder dabei die sollen eigentlich nicht so viel Geld haben Müssen wir mal schauen Wir werden dann wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit wie das Essen also wie schnell das Essen weggeht auch noch mit einbinden Alkoholisierte KI möchte ich auch erstmal noch nicht mit einbinden Wir wollen heute mal keine Drogen verherrlichen Ausnahmsweise Allerdings wollen wir hier nochmal reingucken Wir haben Schlafenszeit Bettzeit Essenszeit Spielzeit Arbeitszeit Freizeit Defikieren Ja ich habe es reingenommen Was kann man noch so machen Quatschen Okay Ich denke Das reicht erstmal so an Zuständen Das können wir so lassen Und jetzt müssen wir mal schauen Was machen wir in welchem Zustand Wir müssen erstmal der KI erstmal sagen dass es einen Public Zustand haben soll und der heißt Zustand und dieser Zustand wird ganz am Anfang erstmal auf Schlafen gesetzt müssen wir hier machen Zustand ist gleich Ging das nicht so Irgendwie so Verdammt wie ging das nochmal Also Leute Was ihr hier alles so reinschreibt Ich muss nochmal ganz kurz nachgucken Ich weiß es echt nicht Ach ja Binums sind teilweise echt selten genutzt Ich benutze die echt richtig richtig selten Zustand Ich weiß es gerade nicht Unity Innen Slate Scheiße Internet viel zu langsam Na wo steht es denn Start Blablabla Ach ja Kein Schwein benutzt Enums Ich weiß nicht wieso Das ist manchmal richtig 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 doof Vor allem set value Verdammte Kacke Wir müssen hier noch Doppelpunkt int setzen Da ist es einfacher und dann müssen wir halt Zustand ist gleich Zustand Punkt schlafen So jetzt haben wir es Gut jetzt haben wir das zugewiesen und da haben wir jetzt erstmal unser Zustand und damit haut das hin Jetzt haben wir es endlich Ja ne ich weiß ich muss es in einem Switchcase machen das ist nicht das Problem es geht nur darum ich wusste nicht mehr wie ich es ordentlich zuweisen soll aber so geht es gut damit können wir jetzt hier in einem Switchcase arbeiten wer schreiben kann ist klar im Vorteil Switch Klammer auf Zustand so Case Zustand Punkt Schlafen Doppelpunkt Break Gut das funktioniert Prinzipiell muss ich jetzt erstmal erklären wir haben jetzt diese Enems also diese Zustände und hatte einen Blackout Internet weg bin wieder da sehr schön immer wieder versuchen wieder reinzukommen manchmal ist das Internet in Deutschland einfach die größte Scheiße die die Politik bisher gebracht hat also ganz ehrlich manchmal würde ich die gerne verhauen also wer so viel Scheiße in der deutschen Technik macht ganz ehrlich abwählen einfach nur abwählen aber das ist eine ganz andere Geschichte wir brauchen mal wieder ordentliches Internet also das heißt mal wieder wir brauchen endlich ordentliches Internet aber das ist eine andere Sache jetzt kommen wir hier zum Zustand Schlafen wir sagen also wir wollen schlafen und wenn wir schlafen dann müssen wir natürlich in unserem Bett bleiben und dafür brauchen wir hier oben eine ein Vektor 3 Ziel Ziel ist gleich new Vektor 3 Punkt Zero haut das hin geht das Punkt ging das nicht mal ach ach nee wir müssen Vektor 3 Zero machen was ist jetzt schon wieder passiert es hat zu viel markiert so jetzt Vektor 3 Punkt Zero so jetzt haben wir hier das Ziel als Nullvektor eingesetzt hast du eine Idee was man für ein Spiel machen könnte keine Ahnung neues Assassin's Creed Ableger des Franchises gehen immer aber ich glaube das ist vielleicht ein bisschen zu komplex schön dass ihr euch alle untereinander kennt das ist doch mal eine nette Community wir brauchen jetzt erstmal wie gesagt ein Ziel und dieses Ziel machen wir abhängig von unserem Zustand wenn wir allerdings irgendwo sind dann sollte das Ziel irgendwie gleich bleiben das heißt wir sagen wir brauchen erstmal in unserer KI-Steuerung eine Liste von Objekten oder von Vektoren wie auch immer die ja unsere Ziele halt sind so im großen und ganzen das heißt wir fangen an mit Public GameObject Array Points so und diese müssen wir dann irgendwie auch benennen wir müssen ja irgendwoher wissen was das überhaupt für ein Punkt ist und ich muss schon wieder trinken das ist übrigens keine Werbung für irgendeinen Energy Drink denn der ist halt gerade hier juhu Arrays ja ja ihr und eure scheiß Arrays aber ja es ist es ist notwendig wir müssen es nutzen was macht ihr denn schon wieder es gibt doch schon Assassin's Creed Unity ja aber das hat nichts mit Unity zu tun das das hätten die nicht in Unity bauen können das muss ich zugeben denn dafür wäre Unity noch nicht ausgelegt gewesen zu dem Zeitpunkt wir müssen jetzt also diesem kleinen Kerlchen sagen dass er eine Liste von Objekten haben soll also von Punkten die er halt abklappern kann wie sein Bett oder seinen Arbeitsplatz oder einen Essenstisch und so weiter und da müssen wir einfach erstmal eine Liste angeben sagen wir mal drei Punkte setzen wir jetzt erstmal ein drücken Enter und schon gehen hier drei Punkte auf jetzt erstellen wir Cubes ich glaube Cubes sollten gut funktionieren diesen werden wir aber ein bisschen reduzieren zum Beispiel werden wir den Box Collider wegmachen Remove Component wir sollen noch irgendwas weg ich denke nicht dass noch irgendwas weg muss wir nehmen jetzt aber erstmal einen neuen Tag und diesen Tag den nennen wir jetzt einfach Point Unterstrich Bett dann 9 Point Unterstrich Arbeit Point das wollte ich nicht Weg Point Unterstrich Tisch so jetzt haben wir ein paar Tags die wir verwenden können und die geben wir einfach unseren kleinen Objekt hier das heißt das ist jetzt Point Bett hier wollen wir schlafen dann duplizieren wir den das ist Point Arbeit der ist hier drüben und dann duplizieren wir den das hier ist Point Tisch der sollte in der Nähe vom Bett sein irgendwo hier und an diesem Tisch können wir dann essen ziemlich simpel ziemlich einfach und so haben wir halt ein paar Objekte wo wir hingehen können gut jetzt können wir anhand dieser Liste und anhand der Tags die unsere Punkte haben ziemlich einfach festmachen ja was er halt tun soll hierbei ist natürlich zu überlegen was wäre wenn die Arbeit ja halt mehrere Orte beinhaltet zum Beispiel bei einem Bauern der muss auf sein Feld der muss in den Getreidespeicher der muss was weiß ich wohin und dann muss er den Scheiß vielleicht auch noch verkaufen und so weiter und da müssen wir dann auch mal ein bisschen differenzieren allerdings möchte ich es jetzt erstmal so einfach halten und deswegen bleiben wir erstmal dabei Arbeit muss aber auch zeitlich begrenzt sein ja dafür haben wir den Day Controller genau von 7 bis 16 Uhr ja oder wie ich halt von 9 bis 13 Uhr länger arbeite ich nämlich nicht und dazwischen habe ich noch eine Stunde Pause ja ich arbeite nur 4 Stunden ich bin ein faule Stück Scheiße aber ich kriege trotzdem Geld dafür also von daher ist es egal ich muss jetzt sagen wenn wir den Zustand Schlafen haben muss das Ziel auf einen bestimmten Punkt gesetzt werden und das Ziel ist dann wir müssen allerdings erstmal unsere Liste von Punkten durchgehen ähm was wir haben wollen und dementsprechend werden wir eine neue Funktion einführen ein Private ähm Void ne Vektor 3 Suche Punkt so da übergeben wir einfach einen String ähm Tag wir suchen nach einem bestimmten Tag in unserer Liste wir müssen erstmal ein Vektor 3 hier erzeugen das ist jetzt unser Ziel und den instanziieren wir erstmal hier fertig gut den können wir dann auch wieder zurückgeben Return Ziel und jetzt müssen wir hier dazwischen dafür sorgen dass wir dieses Array durchgehen und gucken ob irgendein Objekt mit diesem Tag drin ist ziemlich einfach ziemlich simpel und dann können wir hier dann einfach sagen dass wir Suche Punkt vorher natürlich noch Ziel ist gleich Suche Punkt Klammer auf fügen dann hier Point Unterstrich Bet ein muss natürlich groß geschrieben werden denn wir haben das groß geschrieben und dann können wir das ganze ausführen und jetzt müssen wir dafür sorgen dass halt dieses Array da durchgegangen wird das heißt Public ne Quatsch nicht Public For Each GameObject O In Points gehen wir jetzt hier einfach mit einer Schleife das ganze durch was schreibt ihr schon wieder wie detaillierte Klo und Zigarettenpause etc dein Kopf ist immer im Weg du musst oben rechts dein Gesicht Facecam machen äh tut mir sehr sehr leid ich kann versuchen das zumindest heute mal hier unten hinzusetzen ist das so besser ich hoffe es ist so besser ähm ja mach mal so gut jetzt können wir ähm einfach sagen dass if einer von diesen Points Punkt Tag Quatsch nicht Points O Punkt Tag Punkt equals wir vergleichen ja Strings und da geben wir jetzt einfach den Tag ein wenn das halt diesen Tag hat dann sagen wir Ziel ist gleich O Punkt Transform Punkt Position nicht mehr müssen wir nicht tun das heißt wenn wir jetzt hier einfach einen Punkt suchen müssen wir hier einfach bloß den String eingeben und bekommen direkt diesen Ort zurück genau so wie wir es halt haben wollen ziemlich einfach ziemlich simpel und ich denke das sollte verständlich sein also ich falls es jemanden gibt der das nicht verstanden hat aus welchen Gründen auch immer einfach in den Chat schreiben ich kann das auch nochmal erklären ja ich rede heute echt wie am laufenden Band das ist der Wahnsinn aber ich fühle mich auch ganz gut wahrscheinlich einfach zu aufgeputscht was soll's gut jetzt haben wir halt hier diese Funktionen können also ganz einfach nach Punkten suchen die einen bestimmten Tag haben jetzt können wir hier weiter gehen Case Zustand Punkt jetzt wollen wir arbeiten Ziel ist gleich Suche Punkt und wir haben das einfach nur Point Unterstrich Arbeit genannt soweit ich weiß und natürlich dürfen wir nicht vergessen einen Break zu machen wieso brauchen wir einen Break das ist eine ab und an mal gestellte Frage die ich euch hiermit beantworten möchte wenn wir halt dieses Switch Case haben dann geht das Ding halt durch wir nehmen diesen einen Zustand den wir haben und sagen wenn also im Falle dessen dass der Zustand schlafen ist dann führen wir alles was danach kommt durch und dann müssen wir ähm halt einen Break machen also eine Pause die dann dafür sorgt dass wir abbrechen dass wir dieses Switch abbrechen denn es hat ja diesen einen Zustand gefunden es darf auch da nicht unbedingt eine Doppelung geben denn wir wollen ja dass exakt das ausgeführt wird was in diesem Zustand halt passieren soll und danach geht's halt unten weiter ziemlich einfach ziemlich simpel ich denke das sollte so gehen wenn wir jetzt also den Zustand Arbeit haben brauchen wir natürlich jetzt auch noch den Zustand äh Essenszeit oder so Zustand Punkt Essen so Doppelpunkt Ziel ist gleich Suchepunkt Klammer auf Point Unterstrich wie haben wir das jetzt genannt ich weiß es nicht war es Point Tisch ja Point Tisch und Break gut dann können wir ja jetzt einfach Agent Punkt Set nicht Send Message sondern Set Destination Klammer auf Ziel eingeben und da sollte er natürlich an irgendeinem Punkt latschen der halt dem Zustand entspricht wenn wir jetzt also das Ganze hier speichern und dann auch noch starten müsste ja rein theoretisch er zu dem Punkt laufen wo er halt hin soll was problematisch ist ähm wir wollen ja natürlich irgendwo dem Agent auch sagen dass er dort hinlaufen kann das bedeutet dass wir diese Elemente auch hier einfügen müssen das heißt hier kommen die jetzt einfach wahllos rein Hauptsache nicht doppelt das wäre praktisch so und dann können wir jetzt die Liste durchgehen und der latscht da hin so da ist das Bett und er läuft zum Bett denn er hat nun mal den Zustand Bett haut ganz gut hin können wir so machen jetzt können wir einfach das Ganze umändern wir sagen halt anstatt schlafen Punkt Arbeit Speichern Starten und er läuft zur Arbeit Point Arbeit haut hin ist doch super gut jetzt müssen wir natürlich nur dafür sorgen dass sich die Zustände einfach ändern je nachdem was er halt tun soll so ein bisschen über den Tag verteilt und dafür müssen wir einfach sagen dass wir boah sind die Glocken heute wieder laut so scheiße nervig wir müssen jetzt einfach diesen Day Controller anschauen und müssen einfach mal überlegen in welchem Zeitraum soll die Person arbeiten und ja halt wie lange und so weiter und ich denke wir werden das einfach mal mit machen wir das irgendwie mit Prozent anzeigen oder jetzt muss ich gerade überlegen wie wir das am besten umrechnen jetzt werden die Leute schon wieder extrem versaut schrecklich so was ähm nein das sind die Kirchenglocken die draußen läuten es ist es sind wirklich nur Kirchenglocken ich glaube ihre Glocken werden nicht so laut also von daher ähm ja wir müssen jetzt wie gesagt irgendwie festhalten von wann bis wann die Person ist und von wann bis wann diese Person ähm halt schläft und so weiter jetzt machen wir erstmal müssen wir das irgendwie festhalten die Frage ist halt wie machen wir das wir sagen einfach mal dass wir das mit Prozent Zeiten machen oder ist schwer zu sagen wie machen wir das am dümmsten wir könnten einfach mit einem Public Int ähm Schlafenszeit und ein Public Int äh müssen wir Start setzen und noch ein Public Int Schlafenszeit Ende so und dann gucken wir einfach ob der Wert der Tageszeit irgendwo zwischen diesen beiden Werten liegt und dann können wir das ziemlich gut machen ähm jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Public Int Arbeits Zeit Zeit Start und ein Public Int Arbeits Zeit Ende so dann haben wir noch eine Essenszeit Public Int Essens Zeit Start Public Int Essens Zeit Ende so problematisch dabei ist ich glaube unsere Personen werden nicht nur einmal am Tag essen abgesehen es ist Kriegszeit und die kriegen nicht so viel zu essen das ist äh je nachdem allerdings werden wir das jetzt erstmal beschränken und sagen die essen nur einmal am Tag das können wir dann nachher später noch ein bisschen verbessern und dementsprechend müssen wir jetzt aufpassen dass wir unbedingt ein NPC allgemein äh Skript hier mit einfügen müssen das heißt wir brauchen ein Public NPC allgemein NPC nennen wir es einfach bloß sollte reichen das setzen wir aber über die Points denn ich will dass das im Inspektor einfach als letztes angezeigt wird ist ein bisschen angenehmer so jetzt schon wieder was trinken ja irgendwie so eine leichte Halsreizung habe ich trotzdem ja und ich habe mich voll gespuckt wie auch immer ähm wir müssen jetzt also überprüfen ob die Tageszeit mit den jeweiligen Angaben die zu dem NPC gemacht wurden ähm irgendwo halt übereinstimmt und diese NPC halt einen dieser Zustände einnimmt das heißt wusste gar nicht dass ich bei Kronxsap bin lol ah ok ähm wir müssen jetzt also abfragen ähm ähm Gott wie gehen wir das durch wir müssten das wirklich über mehrere if Bedingungen machen macht sich wahrscheinlich am einfachsten if ähm dc Punkt Tageszeit ähm jetzt muss ich gerade überlegen wir haben ja beim Schlafen eine Startzeit die ist ja eigentlich äh irgendwo am Vortag dementsprechend ist die der Wert sehr sehr hoch das heißt er müsste theoretisch äh wir gehen jetzt davon aus dass die Person nachts schläft das wäre wahrscheinlich so das sinnvollste das können wir dann vielleicht noch ein bisschen abändern da müssen wir dann aber noch so ein bisschen an den Personen rumschrauben wie wir das am besten machen äh ich hätte eine allgemeine Frage wie ist deine Herangehensweise bei der Entwicklung arbeitest du zuerst mit Platzhaltern wie der äh wie den Grundform und erstellst deine Grafiken und Modelle erst wenn alles fertig ist oder was denkst du wäre eine gute Arbeitsweise für ein Projekt das kann ich dir so nicht ganz sagen also ich kann dir sagen wie ich es mache nämlich vollkommen unterschiedlich ich äh mache halt das worauf ich gerade Bock habe entweder ich fange halt mit den Grafiken an oder ich fange halt mit der Spielmechanik an das ist auch ein bisschen abhängig davon ähm ja wie äh komplex das jeweilige ist brauche ich sehr viele Grafiken fange ich teilweise zuerst mit den Grafiken an habe ich eine sehr komplexe Spielmechanik kümmere ich mich zuerst um die Spielmechanik weil ich muss ja zuerst irgendwie erstmal herausfinden ob es überhaupt möglich ist äh das zu erstellen was ich erstellen möchte und deswegen nehme ich einfach das Schwerste und fange damit an denn wenn man mit dem Schwersten anfängt und erstmal das größte Problem löst dann weiß man man kann das erstellen und da ist der Rest wesentlich einfacher so ist halt meine Herangehensweise bei der ganzen Sache und ähm jetzt können wir einfach sagen dass die Tageszeit größer oder gleich der Schlafenszeit sein soll das heißt npc.schlafenszeit start wenn dem halt so ist und die dc.tageszeit kleiner ist oder kleiner gleich npc schlafenszeit quatsch npc.schlafenszeit Ende dann ist der Zustand gleich Zustand Punkt schlafen also ich persönlich habe das Problem mein Projekt ist recht groß und komplex darum mache ich alles rund um so wenn ich es brauche kann man machen ähm man kann das halt so nacheinander abgehen und halt immer dann tun wenn man es braucht ist nicht immer der beste Weg ist ein machbarer Weg aber man kann es so machen ähm ja es ist halt die Frage ob es sich lohnt es ist natürlich das Beste wenn du erstmal Spielmechaniken halt hast weil dann kannst du gleich mal testen ob mit den Grafiken die du hast die Spielmechaniken so funktionieren das ist dann halt immer so der Punkt was kannst du auch besser ist die Frage ähm du hast deine Schlafenszeit äh größer gleich hingeschrieben statt kleiner gleich da hast du vollkommen recht ab und an lasse ich mich auch ablenken das tut mir sehr leid aber äh du hast richtig reagiert immer meine Fehler direkt drauf zeigen denn ab und an wüsste ich sie wirklich nicht gut damit haben wir jetzt erstmal die Schlafenszeit dasselbe werden wir jetzt einfach mit der Essens- und Arbeitszeit machen und dann werden wir einfach mal schauen ähm ob wir mit einer laufenden Tageszeit das so fertig bekommen dass der halt da hin und her läuft die sie Punkt Tageszeit ähm jetzt wollen wir essen das heißt es muss kleiner ne warte Tageszeit soll größer gleich NPC Punkt Arbeitszeit Start sein und NPC nee Quatsch DC Punkt Tageszeit kleiner gleich NPC Punkt Arbeitszeit Ende so in diesem Fall soll wieder Zustand gleich Zustand Punkt Arbeit sein und damit haben wir auch das jetzt gehen wir weiter if DC Punkt Tageszeit Tageszeit größer gleich äh das muss zusammengeschrieben werden so funktioniert nicht NPC Punkt äh essen und DC Punkt Tageszeit kleiner gleich NPC Punkt Ende sorry so genau in diesem Moment soll dann der Zustand den Zustand Essen bekommen gut das sollte so gehen speichern wir das ganze mal ab jetzt müssen wir natürlich hier bei unserem kleinen NPC das NPC allgemein äh system noch mit einbauen NPC allgemein und wir haben jetzt eine allgemeine Tageszeit das hier wollte ich mal noch umbenennen in day controller so und hier ist die Kapsel genau wir wollen jetzt ähm einfach festhalten ähm wann er was tun soll und dieser day controller hat jetzt eine Tageslänge von 100 ähm fremd roast hi ich glaube fremd roast keine Ahnung halt äh der Name der da steht ja das ist ein Problem man sollte schon programmieren können ja das stimmt auf jeden Fall wenn man Spiele entwickeln möchte muss man programmieren können müsste bei der Schlafenszeit nicht ein oder sein wo genau also eigentlich muss da ein und das muss ja zwischen diesen beiden Grenzen sein das heißt beides muss so existent sein wenn es ein oder wäre würde das nicht ganz hinhauen das muss ein und sein und äh ja wir haben jetzt hier erstmal eine Tageszeit von 100 ich würde das runtersetzen auf ähm sagen wir mal 50 50 ist ein guter guter Wert und jetzt müssen wir halt so ein bisschen unseren Tag aufteilen ich würde sagen wir machen einfach 3 3 und 3 also wir drittel dritteln das ganze wir starten um 40 Uhr und enden unseren Schlaf um ähm okay 50 ist vielleicht ein bisschen scheiße zu dritteln wir nehmen mal 60 ist vielleicht besser so ähm dann gehen wir auf die Kapsel 40 startet's das heißt na gut sagen wir 50 startet's und wir enden es um 20 die Arbeitszeit geht dann von ähm 20 bis 20 bis ne Quatsch wir lassen ihn erstmal essen vor der Arbeit wird gegessen oder nach naja lassen wir ihn nach der Arbeit essen ist okay ähm Quatsch wir haben den viel zu lang arbeiten äh viel zu lang schlafen lassen er darf nicht so lang schlafen so geht's aus hin bis 30 und von 30 bis 50 darf er dann essen gut das sollte so funktionieren jetzt starten wir das einfach mal und irgendwie geht er zuerst dahin wie sieht's mit dem Tageszeit aus die Tageszeit ist bei 10 das haut nicht ganz hin oder Schlafenszeit Arbeitszeit ist ab 10 gucken wir mal 30 jetzt geht er wohin zur Essenszeit das haut hin ach so hä hä die Schlafenszeit beginnt ja erst ab 50 erst am Abend wir haben aber bei 0 gestartet da ist er dann irgendwie komisch gelaufen so eigentlich müsste er jetzt theoretisch weiterlaufen aber ich glaube ich habe irgendwo einen kleinen Fehler gemacht ähm aber du bist doch nicht ein Drittel des Tages das Laufen dauert noch viel zu lang der braucht viel zu lang um von Ort zu Ort zu gehen äh ja das können wir einfach ändern wir können der Kapsel einfach eine schnellere Geschwindigkeit geben Speed setzen wir mal auf 6 da ist er relativ schnell und ich muss noch rausfinden was ich falsch gemacht habe ähm die Tageszeit muss größer gleich der Arbeitszeit wir machen mal das gleich hier weg so das stört zwar an sich nicht groß aber ich mache es trotzdem mal weg die Zeichen sind richtig rum habe ich noch einen Fehler drin ich muss gerade schauen er startet und geht direkt auf Arbeit erstmal Pause der ist bei Tageszeit 7 wir haben ihm gesagt bei 7 aber wenn die Tageszeit kleiner der Schlafenszeit Ende ist dann soll er eigentlich schlafen das äh Schlafenszeit ist ein Spezialfall gut dann machen wir es halt so setzen wir halt mal das Oder rein ach stimmt ja ergibt Sinn Schlafenszeit ist ein Spezialfall ja 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 ist okay ich habe nicht mitgedacht tut mir leid ich habe wirklich nicht mitgedacht dann ab 10 geht er auf Arbeit das ist richtig und dann ab 30 sollte er dann wieder zum Essen gehen na komm bisschen schneller 30 jetzt müsste er losgehen genau er läuft zum Essen ja ja ich weiß er ist jetzt natürlich äh ein Drittel des Tages das ist ein bisschen lang ist aber auch nicht schlimm ist ja erstmal nur erstmal so dieser Punkt an den wir kommen wollten damit er halt das tut was er soll und dann ja also Framdroost du hast eine sehr gute Auffassungsgabe ich muss zugeben ich habe es nicht gesehen aber ja du hast vollkommen recht gehabt das funktioniert so nicht hast vollkommen recht ach ja manchmal mache ich auch Fehler manchmal immer öfter ähm so jetzt haben wir erstmal das was wir hier haben wollten wir haben die Möglichkeit tagesabhängig irgendwo hin zu gehen und dann dort zu bleiben das ist an sich ganz gut ist aber auch noch nicht perfekt denn wir wollen ähm warum muss ein Oder statt Und sein okay äh dafür jetzt einfach die Erklärung ähm die Tageszeit wird niemals sowohl größer sein als die Schlafenszeit Start als auch kleiner sein als das Schlafenszeit Ende weil das muss ja bei Und gleichzeitig beides sein und da wir aber halt 50 Uhr anfangen und 10 Uhr wiederum enden haben wir ja diesen Übergang über die Null und deswegen haut das nicht hin dann funktioniert das nicht und deswegen müssen wir da wäre schlimm wenn ich sowas nicht sehen würde hab schließlich meinen Bachelor in Informatik ja ähm ich äh okay ich kann mich verteidigen ich hab meinen Abschluss nicht dennoch bin ich Softwareentwickler das ist ähm ja scheißegal ab und an macht man halt Fehler das kann passieren vor allen Dingen wenn man an vieles gleichzeitig denken muss und nebenbei noch kommentieren muss was die Kommentare so sagen ähm wir haben jetzt hier erstmal wie gesagt hinbekommen dass wir durch die Gegend glatschen können und ich muss schon wieder was trinken denn es wird immer schlimmer mit dem Reden aber schön dass so viele heute wieder zuschauen war ja länger nicht mehr so krass aber ich glaube ich mach heute auch wieder ein bisschen länger mal schauen je nachdem ob ich vielleicht zwischendurch einfach abgräpe weil ich einfach nicht mehr sprechen kann ähm alles wegen mir äh nö nicht wegen dir alles gut du bist da nichts schuld gut wir haben jetzt also diesen Zustand erreicht jetzt müssen wir dafür sorgen dass wir natürlich eine sinnvollere Tagesaufteilung machen doch dass mehr los ist das ist möglich dass mehr los ist ist schwer zu sagen ähm kann sein weiß ich nicht ähm verdammt wo war ich jetzt jetzt bin ich geistig wieder woanders gewesen wir müssen jetzt dafür sorgen dass wir diesen kompletten Tagesablauf irgendwie auf die Reihe kriegen das heißt dass wir auch irgendwo aufs Klo gehen ja ich weiß defikieren äh dass wir unsere Freizeit verbringen dass wir unsere ähm wir fangen halt mit unserer Arbeitszeit an ich würde sagen wir gehen ähm an bestimmte Punkte und wenn wir die erreicht haben wie zum Beispiel unser Arbeitspunkt dann müssen wir quasi einen Arbeitsalgorithmus machen das heißt dass wir von Arbeitspunkt zu Arbeitspunkt gehen und dort einfach mal schauen ob äh halt da noch irgendwas gemacht werden muss das heißt wir müssen für unterschiedliche Charaktere einfach sagen was die so auf Arbeit tun sollen ist dann auch so ein bisschen zeitabhängig und so weiter können wir auch noch ein bisschen random machen jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen dass wir ähm erstmal irgendwo scheißen also wir machen irgendwo einen Kackpunkt äh äh duplicate neue Attack Point na ähm Klo dort können wir kacken der wird dann so ganz direkt nebens Bett gesetzt das ist wie im Gefängnis ähm wir werden direkt neben unserem Bett scheißen nein eigentlich ist es einfach nur erstmal da irgendwo hingesetzt und ähm ähm dann müssen wir natürlich hier wieder einen neuen Zustand irgendwo einsetzen bei Case Zustand Punkt äh defekieren Ziel ist gleich Suche Punkt Point Klo Gut Break und wir haben jetzt auch einen Klopunkt wo wir aufs Klo gehen können ähm direkt neben dem Bett kacken Faulheit lässt grüßen ja dann müssen wir einfach nur noch ein Waschbecken direkt daneben machen also im Falle von Magen-Darm-Grippe ist es echt praktisch wenn man direkt das Waschbecken neben dem Klo hat weil dann kannst du kotzen und naja ist wahrscheinlich nicht gerade das äh schönste Thema für sowas aber äh es ist möglich ok wir werden jetzt also sagen dass wir ok eigentlich Bettzeit können wir rausnehmen denn wenn wir schlafen schlafen wir da brauchen wir eigentlich nichts anderes Essenszeit da ist halt die Frage wollen wir unser Essen vielleicht noch irgendwo vorher vorbereiten also wäre ja im Rahmen das möglichen dass wir vielleicht erstmal kochen müssen das heißt wir müssten erstmal irgendwo einen Kochpunkt festlegen und dann müssen wir feststellen ob das Essen halt fertig ist und wenn es fertig ist das ist halt je nach Essen und je nach Zubereitung dann können wir halt uns an den Tisch setzen und das ganze Essen also werden wir wieder einen neuen Punkt einrichten der wird dann wahrscheinlich so ziemlich direkt neben der Küche äh neben dem Tisch sein Duplicate ungefähr hier neuer Tag Point Küche so und das heißt wir brauchen auch hier wieder ein Case und hier einen anderen Zustand Essenszeit und da setzen wir hier die Küche ein das passt so und das bedeutet dass wir zuallererst halt zur Küche gehen dort das Essen fertig machen Klo macht's im Sex äh ne so weit geht's noch nicht also wir sorgen einfach erstmal dafür dass NPCs einfach das tun was sie sollen einfach ihr Leben leben ja wir können dann versuchen das ganze noch durch ein Erdbeben zu erschüttern und ein Feuersturm bricht durchs Dorf und ähnliches und alle werden sterben das können wir vielleicht irgendwann mal mit einbauen aber zuallererst sollen sie erstmal ganz normal leben danach können wir sie umbringen die kleinen NPCs das wäre bestimmt lustig einfach durchs Dorf und alle abmetzeln alle beklauen das klingt ganz schön böse wenn man das so sagt aber witzigerweise macht man das in manchen Spielen wirklich das ist mal echt einfach Massenmörder ähm zum Beispiel in Gothic da hab ich das mal gerne gemacht einfach so ein ganzes Dorf durch und einfach alles abmetzeln und looten einfach looten oder GTA genau einfach alles töten gut ähm der einzige Unterschied ist wir haben hier keine keine Polizei das heißt die hab ich noch nicht gebaut wir können die dann vielleicht mit einbauen und ich sorg dann auch dafür dass die so richtig schön einmal quer durchs Dorf mit dem Auto voller Kanne ins Haus brettert und so genauso wie in GTA ne eigentlich nicht hab ich eigentlich nicht so Bock drauf ich will einfach erstmal ein ganz normales einfaches Dorf machen ok jetzt haben wir .klo .küche .tisch .arbeit .bett da müssten wir vielleicht dafür sorgen dass der ich würde das umändern in Arbeitszeit .arbeitszeit und dann ändern wir das hier auch um .arbeitszeit weil dann geht er erstmal an den Arbeitspunkt und wenn er diesen erreicht hat das machen wir dann woanders fest dann wechselt er den Zustand auf Arbeit auf Arbeit und dann lassen wir halt den Arbeitsalgorithmus durchlaufen der Gedanke wenn man wenn dein Auto abgeschleppt wird im realen Leben und du dann in real GTA gespielt hast wo ist mein Auto aha ok keine Ahnung was du da geschrieben hast aber ist auch egal ein Stapel ein Stapel mit Armen ein Stapel mit Köpfen ok also Fallout habe ich zugegeben bisher noch nicht gespielt kam ich einfach noch nicht dazu ich habe nie so viel Zeit zum zocken wobei ich gerade an Witcher 3 bin also ich arbeite ab ich habe mir das Spiel irgendwann mal geholt aber ich kam noch nicht dazu es zu zocken allerdings kommt demnächst das neue Pokémon raus und das will ich unbedingt spielen ich habe eine Switch und eigentlich habe ich sie mir für ja halt sowas geholt weil ich will einfach mal wieder Pokémon zocken es war damals so schön in der Kindheit es wäre so schön mal wieder zu spielen aber Witcher ist auch sehr sehr geil gut jetzt haben wir das also fertig wir haben Arbeitszeit wir haben Schlafen Essen und Essenszeit Spielzeit Spielzeit ist halt hauptsächlich eher für Kinder so ein bisschen ähm ne ich mache kein Pokémon ganz ehrlich Pokémon an sich hat eine ziemlich einfache Spielmechanik das muss man dem Ganzen lassen eine ziemlich gute aber einfache Spielmechanik was Pokémon ausmacht ist die Auslastung der Spielmechanik mit sehr 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 vielen Pokémon was hauptsächlich einfach Grafiken sind du hast so viele krasse Grafiken da drin das würde ich nicht nachbauen wollen ganz ehrlich also so viel Fantasie habe ich dann doch nicht ähm hier können wir jetzt noch können wir noch irgendwas anderes machen wir können quatschen quatschen ist ein ziemlich geiler Zustand der aber auch relativ komplex ist ähm der wird ein bisschen anders ablaufen und findet auch nur in einem bestimmten Zustand statt nämlich wenn wir ähm irgendwo durch die Gegend laufen und gerade ein bisschen Zeit haben ja wenn wir Freizeit haben quasi das können wir vielleicht auch noch ein bisschen mit einbauen wenn wir Freizeit haben laufen wir erstmal sinnlos durchs Dorf da können wir halt tun und lassen was wir wollen und wenn wir halt sinnlos durchs Dorf laufen und Leuten begegnen die wir kennen oder einfach Leuten dann quatschen wir mit denen das wird wiederum ein bisschen schwieriger weil dann brauchen wir Interaktionen zwischen den NPCs und das wird nicht einfach hier müssen wir dann also wieder eintragen if Tageszeit jetzt können wir ein bisschen was vom Essen wegnehmen dafür müssen wir aber auch wieder hier was einbauen Public Int Freizeit Start Public Int Freizeit Ende das können wir hier ganz gut mit einbauen wurde nicht Pokémon Go mit Unity gemacht weiß ich nicht bezweifle ich sehr stark weil Unity ist nicht auf so eine Netzwerklast ausgelegt eigentlich zumindest war es das bisher nicht ich weiß nicht ob sich das ändert wir brauchen jetzt die Tageszeit und die soll natürlich kleiner als NPC Punkt Freizeit Start sein und größer DC Punkt Tageszeit größer gleich NPC Punkt Freizeit Ende sein wenn wir also in diesem Bereich sind wollen wir sinnlos durch die Gegend dümpeln das bedeutet dass wir hier den Zustand erstmal auf Zustand Freizeit setzen und hier müssen wir jetzt das Case Freizeit einsetzen das heißt Case Zustand Freizeit Doppelpunkt Break Hier müssen wir jetzt einen Algorithmus einsetzen das heißt wir brauchen eine neue Funktion das heißt wir setzen hier oben einfach eine Funktion ein Private Vector 3 3 so und den nennen wir jetzt einfach Find Random Point so natürlich zusammengeschrieben sonst funktioniert der Name nicht und da suchen wir jetzt einfach einen Punkt irgendwo auf unserem NavMesh wo der halt hinrennt sinnlos durch die Gegend gut und ja dann brauchen wir natürlich erstmal einen Vector 3 den müssen wir hier erstmal erstellen den nennen wir einfach Direction und das ist dann ein Random Punkt Inside Unisphere mal keine Ahnung wir haben eine sagen wir 10 reicht vollkommen wir haben jetzt also einen bestimmten Bereich auf dem auf der Einheitsgruppe der dann übertragen wird auf unseren Vector 3 und ich weiß nicht die Einheitskugel wird nicht vielen was sagen die Informatiker werden es vielleicht kennen es gibt den sogenannten Einheitskreis der Einheitskreis ist ein Kreis mit einem Durchmesser von exakt 1 nee nee Radius Radius von exakt 1 der liegt in den Koordinatenachsen auf dem Punkt 0 0 0 und je nachdem wie viele Achsen noch 0 0 0 was auch immer und das ist halt ein Punkt beziehungsweise ein Kreis der in der Mathematik sehr sehr oft verwendet wird weil er halt ja ziemlich einfach zu nutzen ist weil er halt exakt ein Radius von 1 hat genau so geht das natürlich auch mit einer Kugel wir haben eine Kugel die ist dann halt dreidimensional mit exakt einem Radius von 1 und diese nutzen wir und dann über random.insideunits4 sagen wir dass in dieser Einheit in dieser Einheitskugel irgendwo ein Punkt genommen wird und das ist dann ein bestimmter Vektor und diesen Vektor rechnen wir einfach mal 10 und dann haben wir halt einen Vektor der in der Größe von 10 irgendwo um uns rum ist und jetzt wollen wir dass wir einfach diesen Punkt plus unsere bisherige Transform Position rechnen damit wir das halt drauf rechnen können das ist dann halt je nachdem wenn es ein negativer Punkt ist dann wird das halt negativiert das ist egal ja wird halt abgezogen wie auch immer und dementsprechend haben wir dann einfach einen Punkt um uns rum gut jetzt brauchen wir einen NavMesh Hit da ist er und den nennen wir einfach nur Mesh Hit so das hat einen bestimmten Grund denn das Problem ist ähm gibt ein gibt ein wiki Pokemon Go Pokemon Go wurde mit Unity gemacht okay ist gut möglich also ich habe nicht nachgeschaut aber ähm das ist gut möglich keine Ahnung ja wir müssen jetzt nämlich dafür sorgen dass dieser Punkt den wir halt ermittelt haben den wir halt random uns gesucht haben irgendwie auf diesen NavMesh übersetzt wird weil ansonsten funktioniert das Ganze nicht und deswegen müssen wir jetzt hier unseren NavMesh nehmen Punkt Sample Position wir müssen halt diese Position übersetzen und das heißt wir nehmen erstmal den Vektor und wir geben den Punkt den wir halt übersetzt haben auf diesen NavMesh auf dem Mesh Hit aus das Ganze halt mit einem Abstand von 10 und NavMesh Punkt all Areas sagen wir einfach bloß dass wenn wir halt hier unser Terrain haben da haben wir hier verschiedene Areale hier auch dieses kleine Dreieck und so das sind alles Areale und wir sagen einfach dass wir auf allen irgendwo random langlaufen dürfen und das müssen wir halt irgendwo festhalten gut dann können wir jetzt einfach sagen return Mesh Hit Punkt Position so das ist dann eigentlich schon der ganze Algorithmus und den müssen wir hier einsetzen das heißt wir müssen dafür sorgen dass der irgendwie halt da hinläuft das Problem ist bisher wollten wir immer weiter nur an diesem einen Punkt bleiben das ist an sich sehr praktisch wenn wir halt eine Weile essen wenn wir halt eine Weile kochen und so weiter aber wir wollen ja eigentlich hier immer mal wieder woanders hin und da wäre es ja sinnvoll dass wir halt wissen dass wir an dem Punkt angekommen sind und dann erst wieder einen neuen suchen also müssen wir hier irgendwo noch ein Boolean festhalten private bool on point so den setzen wir erstmal auf false und dann sagen wir einfach if ähm agent Punkt remaining distance kleiner 1 was machen wir wir fragen einfach ab ist äh der Agent also unser kleiner navmesh agent schon irgendwie in der Nähe von seinem Ziel wenn er halt ungefähr dort ist dann ist er on point gleich true ist er nicht dort dann on point gleich false ist eine ziemlich einfache Abfrage müssen wir aber halt mal machen gut jetzt sagen wir einfach if on point dann soll er einfach einen neuen Punkt suchen das heißt wir müssen einfach jetzt diese Funktionen ausführen find random point und die dem Ziel zuordnen find random point fertig und gut das heißt wir können jetzt hier die Freizeit festlegen da müssen wir mal schauen wie viel Freizeit wir dem armen Kerlchen geben da ist die Kapsel da ist der Inspektor und Freizeit bekommt der sagen wir mal Essenszeit ist nur 5 Sekunden sagen wir 5 Sekunden Essenszeit sollten vollkommen ausreichen und das bedeutet dass wir von 30 bis 45 Freizeit haben dann lassen wir das Ganze mal laufen schauen wir uns das mal an er ist am schlafen 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 dann geht er auf Arbeit ich muss jetzt leider weg ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Programmieren trink nicht so viel von diesem süßen Zeug geht aufs Herz bis irgendwann ja ich weiß das ist eigentlich nicht so das gesündeste aber ich muss halt wach werden ist halt leider so aber tschüss bis zum nächsten Mal lieber Nile so ihr seht er läuft jetzt halt sonst wo hin irgendwo hier sinnlos an irgendeinem Punkt und theoretisch sollte er sich jetzt einen neuen Punkt suchen Problem bei der Sache ist er hat sich wahrscheinlich einen Punkt gesucht der eindeutig ein bisschen bescheiden ist du weißt ich heiße Nico das ist gut möglich dass ich das wissen sollte aber ich habe ein Gedächtnis wie naja vor allen Dingen Namen kann ich mir echt nicht merken tut mir leid deswegen spreche ich die meisten Leute einfach mit ihren Nutzernamen an weil es geht einfach nicht in meinen Schädel rein ja ich hoffe das ist nicht schlimm aber sorry Nico gut unser kleiner Kerl läuft jetzt hier immer noch durch die Gegend mal gucken wo er diesmal hinläuft ich bin sehr gespannt ob der Algorithmus funktioniert er läuft schon wieder dort hinten hin also es scheint einen Fehler in meinem Algorithmus zu geben das ist nicht sehr cool müssen wir mal schauen ob wir das ändern können ähm wir können einfach mal diesen dieses Ziel mal ausgeben das heißt wir machen hier debug.log Klammer auf Ziel gut speichern das Ganze und geben dem jetzt auch noch ein bisschen mehr Freizeit das heißt wir nehmen auch noch ein bisschen was von der Arbeitszeit weg sagen wir mal der arbeitet nur noch 5 Sekunden das ist echt viel Arbeit für den ganzen Tag und hat ein bisschen mehr Freizeit so können wir mal schauen was denn die Konsole da ausgeben wird wenn er dann jetzt schläft dann auf Arbeit geht er packt es nicht mal bis auf Arbeit er sucht sich gleich einen neuen Punkt und er hat nichts ausgegeben wieso hat er nichts ausgegeben äh das ist ja sehr eigenartig sehr 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 eigenartig eigentlich ah jetzt hat er hier was ausgegeben stopp der gibt hier haufenweise unterschiedliche Punkte aus wirklich sehr sehr viele Punkte aber er geht einfach nicht dahin ah ich glaube die Punkte sind ähm nicht ganz gut wir müssen den Radius erhöhen ähm lasst mich überlegen wir machen mal einen Radius von 50 so und probieren das auf diese Weise mal aus ich bin sehr gespannt ob er das auf die Reihe kriegt und testen das einfach mal aus so wir setzen hier einfach mal die Zeit schon auf 15 und ah ok ähm wir müssen natürlich dafür sorgen dass er auch gleich beim ersten Mal einmal sich ein neues Ziel sucht dann sollte das auch gehen weil er hat am Anfang äh ist er noch nicht an on point und dementsprechend funktioniert das nicht wenn wir jetzt also das Ganze auf 15 setzen läuft er erstmal irgendwo hin der ist noch nicht ganz sicher wo er denn genau hinläuft und er sucht sich andere und neue Punkte sehr faszinierend der ist äh an sich tut er fast schon das Richtige und es lag halt wirklich daran dass er am Anfang einfach keinen Punkt hatte und dementsprechend zum Punkt 0 0 0 gegangen ist weil ich den so instanziert habe ist sehr verständlich kann passieren dann machen wir das ja mal weg und jetzt müssen wir dafür sorgen dass der nur on point ist gleich true ah ja ähm wir müssen das hier mal wegnehmen beziehungsweise wir müssen das hier so machen weil ansonsten setzt er das Ziel immer erstmal auf 0 und das ist falsch das darf nicht sein sonst funktioniert das Ganze nicht jetzt müssen wir aber hier sagen dass das ähm new vector 3 ist sonst äh wird das nichts und wenn wir das jetzt starten sollte das theoretisch funktionieren können wir schauen uns das mal an 15 ne er sucht sich immer noch verschiedene Punkte immer wieder er ist sich nicht sicher wo er hängen will müssen wir überlegen was ist der Fehler wir haben hier den random point das ist richtig wir geben einfach mal hier debug.log klammer auf den entstandenen punkt raus und dann schauen wir uns einfach mal den punkt an wie er jetzt aussieht denn irgendwas ist da noch falsch so 15 es werden immer wieder neue punkte ausgegeben das ist eindeutig nicht richtig das wird viel zu oft ausgeführt wieso wird es so oft ausgeführt jetzt weiß ich wieso weil ich es ja einmal habe laufen lassen ist okay das heißt ich muss das hier noch abändern wir müssen irgendwie Freizeitstart irgendwo setzen er soll am Anfang ein Punkt ein Ziel finden und er soll am besten direkt nach der Arbeitszeit wenn die Arbeitszeit endet brauchen wir einen Zustand irgendwo Freizeitstart oder sowas Freizeitstart Komma gut das heißt wir müssen hier Zustand Freizeitstart ändern ich weiß gar nicht wie ich es richtig geschrieben habe Freizeitstart so und dann muss der hier einmal Case Zustand Punkt Freizeitstart setzen Break ich kann doch nicht mehr schreiben so und muss dann einmal einen Random Point suchen so und dann soll er aber auch gleich den Zustand auf bis gleich Zustand Punkt Freizeit setzen gut dann können wir hier nämlich das hier rausnehmen dann sucht er sich einmal halt diesen Punkt und damit sollte es theoretisch gehen so 15 und er macht es immer noch viel zu oft wo sind wir denn jetzt gerade bei Freizeit irgendwas ist noch falsch findet jemand den Fehler ähm Remaining Distance soll kleiner 1 sein das ist richtig und wir setzen das ja wieder false wenn dem halt nicht so ist Remaining Distance kleiner 0,5 keine Ahnung hilft das ihr dürft auch gerne in den Chat schreiben wenn ihr die Lösung habt vorhin hat doch einer so schön geholfen ja und schon geht es wieder los er findet übelst viele Punkte er muss doch eigentlich prüfen ob er an dem Punkt ist du setzt den Zustand in jedem Frame neu dabei musst du prüfen ob der Zustand geändert wurde ähm ach ja stimmt hast recht dann funktioniert das so nicht dann können wir das nicht machen dann ist der immer auf Freizeit Start und wechselt dann auf Freizeit das heißt das können wir gleich so rausnehmen das funktioniert nicht das heißt wir müssen ab dem Punkt wo die Arbeit endet oder nie wo die Freizeit startet das ist eine Idee if die DC Punkt Tageszeit gleich gleich NPC Punkt Freizeit Start dann wollen wir dass das Ziel gleich find random point macht so und dementsprechend sollte es ein einziges Mal hinhauen wo läuft der schon wieder hin ok ich hab irgendwo immer noch einen Fehler die Bedingung bleibt ja innerhalb jedes Intervalls gleich erfüllt hm ich find gerade keinen Weg wie ich das mache ach ja nehmen wir das hin nochmal weg ich will nochmal ganz kurz gucken was jetzt passiert er latscht wieder an Punkt 0,0 einfach im Update eine andere Variable verwenden neuer Zustand und am Ende prüfen ob der neuer Zustand ungleich Zustand ist hä? das hab ich nicht ganz verstanden was du da meinst ähm wir haben jetzt ja den Zustand Freizeit und theoretisch ist es abgesichert durch das On Point dementsprechend müsste es ja ein neues Ziel suchen zeig nochmal Update so da ist Update wir haben das Ziel ich hab ne Idee Case ähm Default Doppelpunkt Ziel ziel ist gleich findrandompoint break habe ich Default falsch geschrieben? switcher Anweisung erhält mehrere Case Zeichen für den Wert 0 ah schade das funktioniert also nicht einen Default Wert können wir nicht noch einfügen das heißt wir müssen irgendwie dafür sorgen dass abgefragt wird ob der am richtigen Punkt angelangt ist hui das ist gar nicht mal so einfach ha am Anfang Zustand neu ist gleich Zustand dann in jedem if anstatt Zustand neu gleichsetzen okay du meinst Zustand neu ist gleich Zustand so so und dann what hier jetzt überall neu setzen ich glaube nicht dass das wirklich was ändert also wenn der Zustand nicht geändert wurde raus sonst Zustand wirksam ändern okay aber eigentlich macht das keinen Unterschied weil der Switchpoint äh der Switch der macht ja eigentlich der prüft ja nur was das gerade für ein Zustand ist nur weil ich den Andor und Ender ändert das eigentlich an sich nichts es dürfte nichts ändern und du willst jetzt ach ne ich soll Zustand prüfen oder wie ich weiß immer noch nicht ganz wie du das machen möchtest raus sonst Zustand wirksam ändern ja der Point prüft doch nur ob er überhaupt schon angekommen ist aber das betrifft nicht den Tagesablauf ja also der Onpoint fragt nur ob er an einem Punkt angekommen ist wenn er an diesem Punkt angekommen ist und dementsprechend auf True steht soll er eigentlich da ein neues Ziel finden im Falle dessen dass er auf False ist soll er eigentlich ganz normal weiterlaufen und das tut er ja eigentlich auch das Ziel bleibt nicht erhalten das Ziel wird ja jedes Mal neu gemacht das ist der Fehler wir brauchen das anders ein Public Vector3 Ziel das ist der Fehler den wir hatten das hier kann weg das hier können wir wieder alles auf Zustand setzen ja das erklärt alles so das sucht jetzt nach dem Ziel ach so Ziel V jetzt müssen wir es hier noch umschreiben V V V V V V und nicht zuletzt V gut damit sollte es jetzt eigentlich funktionieren ich hatte halt den Fehler gemacht dass ich in jedem Update das Ziel komplett neu erstellt habe das ist der Fehler denn dann kann es ja nicht prüfen ob das Ziel schon erreicht wurde weil einfach das Ziel nicht zwischengespeichert wurde so jetzt sind wir bei 16 jetzt hat er sich den ersten Random Point gesucht läuft zum nächsten und immer so weiter he he selber Fehler wie beim letzten Mal echt war das beim letzten Mal genau der gleiche Fehler ich weiß es nicht ähm ja der läuft jetzt halt durch die Gegend so lange bis er dann irgendwann zum Essen geht glaube jetzt wird er zum Essen gehen ne er geht zum Schlafen ach so weil er zu wenig Zeit hat um zu essen zu kommen ja wo ich gefragt hatte mit dem Sichtkegel hatte ich da auch schon vergessen Teil zwischen zu speichern ich weiß es nicht mehr aber jetzt läuft er auch endlich wieder in die richtige Richtung ähm an Dagu oder wie auch immer das genau ausgesprochen wird danke für die Hilfe es war nicht der Fehler exakt aber wir haben es ja jetzt doch gefixt ähm wir nehmen dem mal wieder ein bisschen Freizeit weil er hat einhörig zu viel Freizeit und wir müssen dem etwas mehr Zeit zum Essen geben weil ganz ehrlich das ist ein bisschen wenig ähm Quatsch Essensstart äh war jetzt bei 45 wir setzen uns mal auf 40 er hat 10 Sekunden zum Essen und jetzt müssen wir auch noch ein bisschen mehr Zeit zum Arbeiten geben sagen wir mal 30 dann hat er 10 Sekunden Freizeit 10 Sekunden Essen und dann haut das auch hin jetzt können wir das Ganze ablaufen lassen und schauen uns das nochmal an am Anfang schläft er können wir nochmal den Day Controller anmachen dann ab um 10 geht er zum Arbeiten und er arbeitet und arbeitet und arbeitet eine ganze Weile bis 30 jetzt sucht er sich einen Random Point läuft da hin ja die sind vielleicht ein bisschen scheiße gesetzt ich glaube ich muss den Radius mal wieder ein bisschen kleiner machen und danach läuft er zum Essen isst was Feines und danach geht er wieder schlafen so jetzt haben wir einen ordentlichen Tageszyklus es funktioniert er hat noch nicht sehr viel Zeit denn der Tag ist irgendwie ziemlich kurz aber das ist vielleicht für Testzwecke ganz ganz praktisch jetzt haben wir es endlich soweit jetzt soll er im Prinzip in die Küche gehen und danach an den Essens Tisch ist das hier die Küche ne das ist der Tisch das hier ist auch ein Tisch das heißt wir müssen das hier umändern in Küche so und in der Küche bleibt er halt so lange wie das Essen zubereitet werden muss da müssen wir dann noch überlegen wie wir das machen von wegen was er halt zu essen hat und so weiter und wie viel er zu essen da hat wie viel Geld er hat und so weiter und so weiter und so weiter wir können jetzt erstmal im Prinzip diesen kleinen Kerl und auch seine anderen Sachen die hier so sind kopieren duplicate schieben wir mal nach da drehen das ein bisschen ah ok das kann man so nicht drehen ist ein bisschen schade ist nicht schlimm verschieben den Arbeitspunkt einfach mal ein bisschen wer arbeitet jetzt hier dann können wir das ganze mal einfärben damit wir ein bisschen besser den Kerl unterscheiden können von einem anderen Zeug wir machen das Rot setzen hier den Kerl drauf und da und danach können wir noch mal diesen Bereich hier einfach komplett markieren duplizieren das ganze nochmal schieben das hierher hier haben wir auch einen Arbeitspunkt der ist ungefähr genau da und jetzt können wir einfach mal schauen den setzen wir da hin der fängt dort an und starten das ganze einfach mal so natürlich es ist Nacht also versuchen erstmal alle zu schlafen dann ab 15 äh ab 10 geht es zur Arbeit jeder zu seiner und dann machen sie halt ihre Arbeit und ab 30 sollten dann alle einfach ein bisschen sinnlos durchs Dorf gurken so jetzt alle suchen sich irgendeinen sinnlosen Punkt und laufen da halt durch die Gegend die sind alle ein bisschen rastlos und dann irgendwann gehen sie natürlich alle essen so und sie essen und sie essen und sie essen und danach gehen sie alle schlafen und der Tag endet und alles fängt wieder von vorne an genau so sollte es sein das ist schon mal sehr sehr schön und gut dass das funktioniert und so können wir einfach alle möglichen Leute ablaufen lassen wir können natürlich jetzt noch die einzelnen NPCs dazu bringen dass sie verschiedene Zeiten halt nutzen am Tag das können wir gleich mal machen der eine schläft von 60 bis 20 fängt dann 20 mit der Arbeit an und hört 40 auf Essenszeit äh erstmal Freizeit 40 bis ähm 48 keine Ahnung und dann Essenszeit von 48 bis 60 der nächste hat dann auch wieder andere Zeiten Schlafenszeit ist 55 bis Schlafenszeitende sagen wir 15 Arbeitszeit 15 bis ähm 40 der Arbeit ein bisschen länger dann haben wir hier jetzt die Freizeit die geht von 40 bis 46 also wir gehen nur ganz kurz von 46 bis 55 ist da was und dann geht's weiter gut dann lassen wir das mal laufen schauen uns das mal an so alle schlafen und irgendwann wacht der erste auf der geht schon mal auf Arbeit dann wacht der nächste auf geht auch auf Arbeit und dann wacht der nächste auf und geht auch auf Arbeit so dann arbeiten alle ganz ganz fein und irgendwann ist der erste fertig und hat Freizeit und hat Freizeit darf durchs Dorf laufen irgendwann wird dann natürlich auch der nächste fertig mal gucken wann die werden gleichzeitig fertig sogar so jetzt laschen die hier auch durchs Dorf hin und her und her und hin der erste geht essen und dann schon wieder schlafen der hat echt schnell gegessen der nächste geht essen und schlafen und wieder essen und schlafen genau so soll das sein und so können wir ganz ganz viele unterschiedliche Personen erstellen die halt ja ihr Dorfleben leben und das immer weiter so im Zyklus machen natürlich ist das bisher noch ziemlich statisch wir haben bisher nicht sehr viel was die halt machen und vor allen Dingen noch nicht sehr viele Unterschiede vor allen Dingen ja die Arbeit da stehen sie einfach nur drauf rum und das können wir natürlich auch noch ein bisschen verbessern dafür müssen wir natürlich aber ja die Arbeit die Arbeitszeiten und ähnliches ein bisschen ändern und vielleicht noch Arbeitspunkte mit hinzufügen das bedeutet wir haben hier zwar jetzt den Punkt Arbeit aber ich würde das vielleicht umändern auf den Zustand Arbeitszeit äh faszinierend das war schon so geändert sehr interessant trotz dessen dass der Zustand hier auf Arbeitszeit steht ach so weil das hier ah ja ja alles richtig alles richtig alles richtig und jetzt müssen wir natürlich noch den Punkt Arbeit beachten und müssen da halt verschiedene Punkte eingeben wo die halt ihre Arbeit verrichten sollen und so weiter und dafür brauchen wir jetzt irgendwie nochmal ein weiteres Set an Objekten also Position und gucken einfach wo sie halt was tun müssen und da wird es jetzt wieder wird es jetzt wieder ein bisschen knifflig denn wir müssen wissen was die überhaupt tun sollen wir könnten jetzt einfach sagen okay wir können einfach random die einzelnen Punkte abarbeiten allerdings ist das natürlich auch nicht so geil denn im Falle eines Falles kann es sein dass man natürlich zum Beispiel beim Schmieden oder sowas immer mal zwischen Esse und hier wie heißt das Amboss hin und her laufen muss um natürlich das Metall zu erhitzen dann wieder ein bisschen zerschlagen wieder erhitzen schlagen und so weiter und das wäre natürlich ein etwas komplexerer Tagesablauf denn dann müssen wir halt bei der Esse und Amboss immer ein bisschen hin und her latschen und dann halt irgendwann auch das Zeug verkaufen mit den Leuten quatschen und so weiter und halt handeln und ja das wird schon wieder ein bisschen schwieriger da müssen wir jetzt halt diesen komplexen Fall betrachten dieser Fall besteht aus ja sagen wir jetzt mal drei Punkten Handel Handelspunkt das ist irgendein Tisch oder sowas an dem man halt dann mit den Personen handeln kann der Amboss und die Esse jetzt sagen wir okay wir haben jetzt Amboss und Esse ist okay können wir erstmal einfach so normal hin und her können wir auch random machen aber zum Beispiel einen Handelspunkt brauchen wir nur dann gehen wenn da halt jemand ist das heißt wir müssten irgendwie auch noch festhalten ob halt jemand am Handelspunkt ist wie wir das jetzt in den Datenstrukturen mit eingliedern dann haben wir mehrere Möglichkeiten wir könnten das fest einprogrammieren oder wir müssten dafür sorgen dass wir so eine Art klasse Handelspunkte mit einsetzen und überprüfen ob halt unser Punkt an dem halt gerade was wäre für den wir auch zuständig sind halt gerade jemand ist der handeln möchte das ist sehr sehr komplex und darüber habe ich zugegeben noch gar nicht nachgedacht deswegen weiß ich noch nicht ob wir das wann ich das jetzt so einsetze wir könnten ich weiß es noch nicht ganz wie machen wir das mach lieber einen Radius ob jemand da ist und der handeln möchte wäre das nicht leichter es wäre leicht beziehungsweise es wäre mehr oder weniger dasselbe denn ich würde halt an diesen Handelspunkt irgendwo einen Radius setzen irgendeinen Trigger oder ähnliches und dann gucken ob halt dort jemand drin ist wenn jemand in dem Trigger drin ist dann würde die Person automatisch dorthin laufen ist natürlich auch wieder etwas schwierig ich glaube ich mache das dann vielleicht eher beim nächsten Mal ich das Konzept ist ja erstmal riesengroß aber wir haben ja jetzt echt schon mal richtig was geschafft wir haben einen Tagesablauf wir haben halt diese Zustandsänderung was auch sehr sehr praktisch ist und wir schaffen es unterschiedliche NPCs erstmal ihren Tagesablauf ablaufen zu lassen das ist verdammt viel wert und verdammt gut allerdings würde ich sagen wir ich kümmere mich das nächste Mal darum dass ich ein bisschen mehr vorbereite denn beim letzten Mal konnte ich halt dieses Mal konnte ich halt echt nicht viel vorbereiten weil ich echt im Stress war leider, leider, leider fällt nächsten Samstag leider der Stream aus das muss ich so schon mal vorhersagen denn ich bin auf einer Tagung ich muss mehr oder weniger meine Firma vertreten auf einem großen Tagungsgedöns da so Partner treffen und so ein Blödsinn ist an sich ganz cool allerdings ja Mittwoch wollte ich eigentlich weiterhin die Assets für dieses Ding hier erstellen ich habe ja schon angefangen habe schon ein Häuschen erstellt weiter bin ich aber auch noch nicht gekommen aber mehr als ein Haus habe ich bisher noch nicht ich will halt ein kleines Dorf aus The Witcher nachbauen und dementsprechend Mittwoch findet statt das ist kein Problem da werden wir halt modellieren für diese Siedlung und es ist für euch theoretisch nicht notwendig dass ihr euch das anseht es ist einfach nur damit es schön aussieht weil ich halt diese Simulation wirklich komplett durchziehen möchte also wirklich mit Häusern mit Figuren irgendwas halt dass die da sinnvoll durch die Gegend glatschen und ja wir werden halt Mittwoch das Ganze modellieren und dann nochmal die Woche drauf Mittwoch modellieren und am Samstag nicht nächste sondern übernächste Woche werde ich hier auf jeden Fall weitermachen ich denke wir sind jetzt an einem guten Punkt angekommen und ich würde es für heute erstmal beenden denn das sollte auch erstmal für euch als Input reichen und ja wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal und ich denke ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr habt ein bisschen was gelernt und vor allen Dingen hoffe ich dass ihr euch das auch so ein bisschen nachvollziehen könnt wie das mit den NPCs so funktioniert denn das ist echt ein komplexes Thema und echt nicht einfach gut dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal